Hier haben wir eine schöne Moldaufahrt, neben dem Schiffchen, die Porto, hier sind wir die Kreisbrücke und die Burg. Das ist doch nicht so. Das heißt, wir hätten außen, ne? Wir sind nicht mit der Kraut. Wie schaut's jetzt aus? Hier in Prag laufen ganz rote Frauen rum. Wo gibt's denn sowas? Ganz rote Frauen gibt's hier in Prag. Habe ich auch noch nie gesehen.